So, einen wunderschönen wünsche ich euch zurück von mir aus hier. Wie ihr es schon sehen könnt, unschwer, auf der Seite drüben findet ihr ein Live-Video. Wir haben mit Not und Tour zusammengespielt. Es ist ein volles Set, was ihr dort jetzt erreichen könnt, ansonsten diesen Sonntag. Ich muss wahnsinnig viel für die Uni lernen, deswegen geht da einfach momentan nicht so viel. Aber der Livestream letzte Woche wollte ich noch sagen, ja, 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 ja. Der Livestream letzte Woche war einfach super. Auch schön, dass so viele da mitgemacht haben. Und ich hoffe ja, er hat euch Spaß gemacht einfach. So was wird es auf jeden Fall öfter geben. Ich werde es auch früher dann bekannt geben einfach mal. Aber heute könnt ihr euch an Live-Musik erfreuen. Ich werde auch mal gucken. Ich habe noch ein gesamtes Set von meiner Band, The Infidels. Das könnt ihr auf jeden Fall euch auch noch mal reintun, wenn ich es fertig geschnitten habe irgendwann. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannten Sonntag. Schaut euch das Set einfach mal an. Die Band ist wirklich sehr zu empfehlen. Und, ja, würde dann sagen, nächsten Sonntag machen wir mal eine kleine Vorbereitung auf den Band-Supporter-Contest, der ja kommt. Also das wird auf jeden Fall auch mächtig. Ja, dann viel Spaß heute Abend beim Super Bowl, falls ihr den guckt. Oder, ja, macht's gut. Ciao. Ciao.